Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur bewegten Fastenzeit. Heute mit Bauch, Beine und Po. Viel Spaß und natürlich wärmen wir uns jetzt erstmal auf, bevor wir dann mit den Muskelkräftigungen starten. Wir wollen unseren Körper straffen und formen natürlich. Richte dich auf, Brustbein anheben, komm in eine kleine Gräte, lass die Knie gebeugt, denn dann stehst du muskulär aufgerichtet, würde ich die Knie strecken. Dann hänge ich sofort in den Bändern und meine Haltung wird schlechter. Also gebeugt halten, Brustbein anheben und deine Schultern nach hinten kreisen und zwar so richtig locker erstmal. Schultergürtel, Schultergelenke mobilisieren, Bauch gleich aktivieren, indem du den Bauchnabel sanft in Richtung Wirbelsäule ziehst. Kannst du mal mit dem Wort Ich gleich mal wieder machen. Nimm dann deine Ellbogen mit, werde größer. Ganz locker in der Bewegung. Dann halte den rechten Arm oben, den linken dazu. Schultern tief, bewege dich nach rechts und links, bewege deine Brustwirbelsäule. Dann halte hier, dreh deinen Oberkörper. Ruhig erstmal locker hin und her. Und dann kommst du zur Mitte, ich zeig's dir nur seitlich, wirst rund und richtest dich auf, heb dein Brustbein. Also nochmal richtig rund werden, aufrichten. Noch einmal, genau so. Bleib aufgerichtet, lass locker, locker die Schultern aus. Schüttel dich ruhig richtig durch und hebe jetzt die rechte und linke Fußspitze vom Boden ab. Im Wechsel. Oben darfst du wirklich locker lassen jetzt. Bewege deine Knie, Hüft, Fußgelenke mit. Und jetzt hebst du dann deine Fußferse. Also lass die Fußspitze unten, heb deine Ferse und dreh die Ferse rück ein bisschen nach innen. Merkst du, wie deine Hüfte mitgeht? So richtig schön locker lassen. Immer so machen, wie es für dich okay ist, alles ist richtig. Okay. Langsam wieder zur Mitte kommen. Deine beiden Fersen auf dem Boden halten. Durchschütteln. Aufrichten. Schultern zurückziehen. Stütz dich ruhig hier ein. Und jetzt nimmst du einmal das Gewicht auf dein linkes Bein. Versuchst den Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen. Aufrichten. Rechtes Bein anheben. Fußspitze anziehen. Rechter Winkel des Bein. Du kannst dich auch irgendwo festhalten. Und jetzt hebe und senke hier dein Bein seitlich. Spürgesäß. Außenseite. Oberschenkel. Natürlich acht. Auch den Bauch, den Rücken. Bleib jetzt oben und mach ganz kleine, so weit wie möglich. Becken ruhig. Geht noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und absetzen. Auslockern. Kurz entspannen. Wirklich locker lassen. Hier auf beiden Füßen stehen. Bestimmt hast du jetzt das Gefühl, du stehst irgendwie krumm, oder? Kann sein. Arme zur Seite. Schultern tief. Und bewege deine Arme hier hoch tief. In ganz kleinen Rechts-Links-Bewegungen. Spür deine tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur, wenn du die Bewegung machst. Noch schneller werden. Und jetzt halte. Rechten Arm nach oben. Linken nach unten. Zieh dich in die Länge. Und komm wieder zur Mitte. Nochmal in die Länge. Andere Seite. Und wieder zur Mitte. Nochmal seitlich. Und Mitte. Schräge Bauchmuskulatur. Nochmal. Bleib auf der Seite. Drei, zwei, eins. Halte hier. Kleine Hoch-Tief-Bewegung. Und Seite wechseln. Eins, zwei, drei und hoch tief. Gut. Und eins, zwei, drei und halten. Und eins, zwei, drei und halten. Eins, zwei, drei und halten. Hier bleiben. Stabil in der Mitte. Stütz dich ein. Komm zur anderen Seite. Natürlich haben wir die Seite nicht vergessen. Kannst dich auch festhalten. Bein heben. Fußspitze anziehen. Und seitlich hoch und tief. Hier spüren. Oberschenkel spüren. Gleichgewicht natürlich auch. Noch fünf, genau so. Fünf, vier, drei, zwei, ein. Und jetzt ganz kleine hoch. Ganz kleine oben. Die letzten zehn. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Und auslockern. Standbein muss auch mitarbeiten. Ich weiß. Lassen wir es so richtig locker. Dann bleibst du noch einmal hier in der Grätsche. Nimmst deine Hände vor dem Brustbein zusammen. Gib Druck mit deinen Handballen. Dann merkst du schon eine aktive Körpermitte. Und jetzt dreh dich für eine Seite. Atme aus. Ein zur Mitte. Und aus zur anderen Seite. Und wenn du dich drehst, dann stell dir vor, du fringst den Bauch aus wie ein nasses Handtuch. So richtig mit dem Ausatmen ausfringen. Tiefe, quere Bauchmuskeln. Knie bleiben, da Richtung Fußspitzen zeigend. Schultern bleiben, entspannt. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Jede Seite jetzt noch einmal. Und zur Mitte kommen. Arme locker lassen. Sinke tief mit deinem Gesäß. Schau, dass die Knie Richtung Fußspitzen zeigen. Wenn das nicht geht, dann kannst du deine Füße etwas weiter schließen. Denn das soll nicht passieren. Also Knie Richtung Fußspitzen. Und jetzt gehst du mit geraden Rücken tief. Schau, dass die Fersen unterhalb deiner Knies sind. Und wenn du jetzt hochkommst, dann ziehst du gefühlt die Innenseiten zueinander. Also schau mal, komm hoch und zieh zueinander. Innenseiten spüren, Kraft, Beine aufrichten. Nochmal tief und kraftvoll nach oben. Genau, wirklich mit Kraft nach oben ziehen. Und die Arme zurückziehen. Schulterblätter küssen sich. Nochmal tief. Schulterblätter küssen sich. Zurück die Arme und die Oberschenkel zueinander. Beinkraft. Beinkraft. Ganz fest. Spannung. 3, 2, 1, zieh hoch. Nochmal. 3, 2, 1, zueinander. 3, 2, und. 3, 2, 1. Geht noch. Schaffen wir noch 3 Mal. Du gehst so tief, wie es für dich okay ist. Noch 2. Letztes Mal. Und halten. Und halten. Lockern die Beine. So richtig ausschütteln. Wenn du möchtest, kannst du dich an einem Stuhl festhalten jetzt. Bist hüftbreit geöffnet. Ein Bein geht jetzt zurück. Oberkörper nach vorne. Becken parallel zum Boden halten. Also entweder festhalten oder Hände fassen. Fußspitze anziehen. Knie zum anderen Knie. Und hoch schieben. Po-Muskeln. Und tief. Hoch und tief. Tief Oberschenkel, Rückseite, Po. Noch 1 Mal. Und dann bleibst du oben, machst ganz kleine. Hoch, hoch, hoch. Halte und entspanne dich. Auslockern. Natürlich merkst du auch dein Standbein. Der Po vom Standbein muss uns da richtig halten. Also ist normal, wenn du das auch spürst. Andere Seite, Oberkörper nach vorne. Becken parallel zum Boden. Bein heben. Fußspitze anziehen. Festhalten ruhig. Und erstmal groß die Bewegung. Hoch und tief. Noch 2, genau so. Und dann bleibst du oben. Kleine hoch, hoch, hoch. Noch 2. Halten. Und absetzen. Auslockern. Sehr gut. Beine so richtig auslockern. Schütteln. Hüftbreit geöffnet. Halten. Allerletzte Runde. Wir setzen uns tief. Der Po ist unser Aufzug. Komm nach unten. So weit, wie es für dich passt. Oberschenkel vielleicht. Waagrecht. Drück dich wieder nach oben. Spann dein Gesäß an. Nochmal tief. Und hochkommen. Hänge jetzt noch was dran an die Bewegung. Wenn du hochkommst, hebst du ein Knie an. Und versuche gleich deinen Oberkörper zum Knie zu drehen. Bauch ausfringen. Ha. Nochmal tief. Und die andere Seite. Du kannst auch immer die Fußspitze am Boden auftippen. Du musst gar nicht anheben. Okay. Also entweder hoch oder nur auftippen. Und natürlich auch wieder in deinem eigenen Rhythmus. Schultern zurück. Wir irritieren natürlich unseren Gleichgewichtssinn. Wenn wir den Kopf auch noch drehen. Drinieren Bauch, Gesäß, Rücken, Beine, Po. Und jede Seite noch einmal tief und hoch. Und zur Mitte komm. Lösen, ausschütteln. Fleißig. Ein Bein nach hinten setzen. Heb deine Ferse und spann dein Gesäß an, sodass du den Hüftbeuger hier vorne spürst. Richte dich auf. Entweder die Hände hier fassen, hochziehen. Oder die Arme einfach so öffnen. Geschafft. Spür die Dehnung. Hier vorne und Brustmuskulatur. Komm zur Mitte. Lass locker. Andere Seite. Drehe mich zu dir. Zurück. Ferse hoch. Po anspannen. Oberkörper nach vorne. Und nochmal wieder zurückkommen. Auslösen. Lockern. Arme schütteln. Beine schütteln. Tief einatmen. Und ausatmen. Lösen. Nochmal ein. Streck dich. Zieh dich in die Länge. Sehr fleißig. Es war heute ganz schön wackelig, wenn du wolltest. Ansonsten immer mit Festhalten mitmachen. Funktioniert auch. Denk im Alltag an deine Haltung. Also gleich mal Brustbein heben. Schulter nach hinten unten ziehen. Denn die Haltung beeinflusst natürlich auch unsere Figur. Dann erscheinen die Schultern breiter. Die Teile schmäler. Atme ein und atme aus. Entspann dich. Also immer mal wieder zwischendurch aufrichten. Schultern zurückziehen. Brustbein heben. Blick in den Horizont. Sehr gut. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, ich freue mich natürlich. Üben gefällt mir. Und natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du unter dem Video. Da heißt es Deine Unterstützung. Ansonsten abonniere meinen Kanal. Empfehle mich weiter. Sende vielleicht das Video an Freunde, Freundinnen weiter. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann. Vielleicht bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.